Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum DAX-Check heute am Mittwoch. Nach relativ schwachen ZEW Konjunkturerwartungen ist der DAX zeitweise wieder etwas gefallen, nachdem er bei 13.950 Punkten, das sehen wir hier sehr schön, ein neues Jahr mehr Wochen hoch gemacht hatte. Aber dann auch wieder mit Unterstützung, vor allem beim Dow Jones, die Nasdaq ja gestern etwas im Minus geschlossen, haben es die deutschen Standardwerte wieder über die Marke von 13.900 geschafft. Und wir sehen es im Chart, dieser Aufwärtstrend, den wir hier Mitte Juli begonnen haben, der hat sich fortgesetzt, einen neuen Höchststand seit dem 10. Juni, seit diesem Absturz hier unter die Marke von 14.000 Punkten. Ja, man muss jetzt kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass wir wohl zeitnah den Bereich um 14.000 anlaufen werden. Und hier wird sich dann entscheiden, haben die Bullen genügend Power, um diese Marke zu überwinden. Und wenn ja, dann, das habe ich auch schon gesagt, kommt dieses Gap hier von Anfang Juni bei 14.120, 14.186 eben in Betracht. Und dann sehen wir dann schon so langsam die 200-Tage-Linie am Horizont. Wir haben schon erste Kurse, das heißt immer ruhiger Handelsauftakt, 0,1 Prozent, ein kleines Plus, aber auch das völlig okay. Unternehmenstechnisch heute relativ mauf, was die Nachrichtenlage betrifft. Wichtiger heute Nachmittag Einzelhandelsumsätze in den USA, die ja einen Hinweis geben sollten, wie die Konsumlaune der wichtige Konjunkturtreiber in Amerika eben ist. Und dann am Abend um 20 Uhr die sogenannten Fat Minutes, das Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank. Und die könnte wiederum Hinweise geben, was denn so an Zinsanhebungen noch auf uns zukommt. Und das können dann schon die Märkte eher bewegen als jetzt vielleicht irgendwie eine Unternehmenszahl im Moment. Also da müssen wir wieder mal nach Amerika schauen, den großen Bruder. Da werden wir uns auch nicht weit groß abkoppeln können von den Börsen. Schauen wir aufs Produkt, das sich natürlich auch hervorragend entwickelt. Wir sind mittlerweile schon bei 17,30 Euro, also fast 4 Euro im Plus, also fast 30 Prozent. Wir haben gesagt, bei 14.000 Punkten überlegen wir, was wir mit diesem Schein machen. Es fehlen noch ungefähr 70 Zähler. Also das ist aber möglich, dass es im Laufe des Tages schon stattfindet. Ein Stoppkurs, den sollte man auf jeden Fall nachziehen. Das werde ich tun. So in dem Bereich 14,50, denke ich mal, kann man den Stopp schon mal jetzt nachziehen. Schauen wir nochmal auf die Tafel, ob sich da jetzt was tut. Wahrscheinlich relativ wenig. 10 Zähler. Okay, damit entlasse ich Sie in den Handelstag. Ich wünsche Ihnen gute Kurse und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss.